Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Nathan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Samstag Shopping Guide. Das heißt, ich werde gemeinsam mit euch zu den wichtigsten Händlern in The Division gehen, denn heute Nacht um 2 Uhr wurden die Händler ja resettet. Und jetzt werden wir hier direkt im Obergeschoss bei dem Spezialausstattungshändler des Hauptquartiers reinschauen, was der für uns hat. Und hier sehe ich schon, der hat eine verbesserte PP19, das ist eine der besten Maschinenpistolen für das PvE hier in The Division. Schauen wir mal rein in die Talente, was hat sie an Schusswaffen bei mir, hat die 9621 Schaden pro Kugel, hat 700 Schuss die Minute und hat eine Magazingröße von 53 Kugeln. Das heißt, mit einer Magazinerweiterung kommt man da locker über 100 Schuss und das ist für eine Maschinenpistole doch recht gut. Dann haben wir hier 38% kritischer Trefferschaden, das ist eigentlich auch ein ganz guter Wert. Und dann haben wir hier mal den Wert präpariert, finde ich für das PvE gar nicht so verkehrt. Und dann haben wir Nachtragend, das ist ein Talent, was ich persönlich nicht so toll finde, denn sind wir mal ehrlich, wenn man wirklich im letzten Balken seines Lebens ist, dann haut man sich eine Heilung rein und von daher hat man dann auch keine 23,5% vermehrter Schaden. Also ich halte das Talent nicht für so optimal. Dann haben wir hier natürlich bei allen Maschinenpistolen noch das Talent beschleunigt drauf. Das bedeutet, dass ihr abhängig von euren Crits eine erhöhte Nachladegeschwindigkeit bekommt. Und ja, wenn hier jetzt ein besseres Talent drauf wäre, anstatt Nachtragend, würde ich beschleunigt wegrollen. In dem Fall allerdings würde ich dann doch Nachtragend wegrollen. Und dann wäre die PP19 gar nicht so schlecht, hat ein Gearscore von 204, ist jetzt nicht top, denn der Gearscore bei Waffen geht ja mittlerweile bis 229. Aber wenn man eine gute Maschinenpistole für das PvE braucht, dann könnte man hier auf jeden Fall zuschlagen. Ansonsten hat der Händler hier nicht so viel zu bieten, deswegen gehen wir jetzt direkt runter ins Untergeschoss. Und da gibt es ja noch einen zweiten Spezialausstattungshändler. Und dann schauen wir nach, was der uns zu bieten hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir befinden uns jetzt hier im Untergeschoss des Hauptquartiers. Und hier genau auf der linken Seite, wenn man hier durch den Gang reinkommt, gibt es den zweiten Spezialausstattungshändler. Schauen wir mal bei dem rein, was der zu bieten hat. Hier haben wir eine M1A Classic. Die ist uninteressant. Dann haben wir hier eine SASG 12K Taktik. Ist eine Schrotflinte, eine Autoshot-Schrotflinte. Gucken wir mal hier rein in die Talente, was die zu bieten hat. Ist eine Gearscore 204 Waffe. Also eben genau der gleiche Gearscore wie die PP19 von eben. Dann haben wir hier einmal Präzision. Ist eine ganz gute Sache für eine Schrotflinte. Dann haben wir ausdauernd, ja... Finde ich jetzt nicht so pralle, das Talent. Und wir haben hier Präpariert drauf. Das heißt, man könnte jetzt ernsthaft überlegen, wenn man sich die Waffe zulegen wollte, ausdauernd wegzurollen und vielleicht nochmal brutal oder tödlich oder so draufzurollen. Dann wäre das eine ganz gute Schrotflinte für das PvE. Der Schaden ist auch relativ hoch. 51.200 Schaden pro Kugel. Eine Magazingröße von 180... Äh, Quatsch. Eine Magazingröße von 7 Schuss. Und eine Schussgeschwindigkeit von 180 Kugeln pro Minute. Ist ganz okay. Wir haben hier einen Wankenwert von 240,5. Das ist auch ganz gut. Also wenn man eine 204er Gearscore Schrotflinte haben möchte, dann könnte man hier zuschlagen. Ist jetzt natürlich mit einem Gearscore von 204 nicht on the top. Aber ist auch nicht das Schlechteste. Ansonsten haben wir hier nichts weiter, was so interessant wäre. Deswegen gehen wir gleich mal hier rüber zum Blaupausenhändler und schauen bei dem rein. Hier haben wir 214er Gearscore Ausrüstung zum Craften. Also hier einmal einsamer Held, dann Alpha Bridge, Treue des Jägers, Predator und so weiter. Da ist jetzt nichts dabei, was ich sagen würde. Muss man unbedingt haben, denn der Gearscore von 214 ist jetzt nicht so hoch. Wenn man jetzt unbedingt noch ein Teil braucht, um sein Set zu kompletieren, dann könnte man das tun. Aber ansonsten würde ich mir keine, also keine Blaupause für ein Set holen, was ein Gearscore von 214 hat. Dann haben wir hier noch Werkzeug, also hier Waffensets aus Werkzeugstoff, Waffenteile und Elektronik. Das ist eigentlich auch immer da. Da könnt ihr dann ein Talent auf eurer Waffe umrollen mit. Und ansonsten haben wir hier nichts, wo ich sagen würde, muss man unbedingt zuschlagen. Deswegen werde ich jetzt direkt weitergehen in den Untergrund. Sprich, das ist nur was für Leute, die auch das DLC haben. Denn hier gibt es noch einen Untergrundhändler. Und dann sehen wir uns gleich bei dem. Wir sind jetzt hier im Untergrund angekommen. Hinter mir ist der Fahrstuhl, mit dem ihr hier runterfahrt. Und wenn ihr geradeaus lauft, hier auf der rechten Seite, da ist der Untergrundhändler. Wir haben hier einmal eine SVD, ist ein Präzisionsgewehr mit einem Gearscore von 229. Dann müsste der Rang 40 sein. Ich persönlich finde die SVD zwar nicht schlecht, aber eine gescheite M1A wäre mir doch sehr viel lieber. Man kann mit der SVD sehr gut rausbörsten. Und wenn man die M1A vernünftig moddet, dann kann man eigentlich auch mit der recht gut börsten. Und schauen wir mal rein, was die SVD hier zu bieten hat. Und einmal hat sie einen Kopfschussschaden von 167%. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier das Talent Boshaft drauf. Ja, ist jetzt nicht so toll, denn oftmals ist man doch nicht bei voller Gesundheit, dass dieses Talent greifen würde. Dann haben wir Begab drauf. Und wir haben Entscheidend drauf. Also insgesamt sind die Talente meiner Meinung nach nicht so pralle. Von daher würde ich mir jetzt diese SVD nicht unbedingt zulegen. Wir haben hier nochmal eine X45, ist eine Gearscore 204 Pistole. Die X45 sind hier sehr gute Pistolen. Und wenn ihr noch eine gescheite Pistole braucht, dann würde ich euch empfehlen, auf eine X45 zu setzen. Allerdings würde ich euch nicht empfehlen, euch die hier zu kaufen. Die findet ihr mit Sicherheit auch im Untergrund. Droppt euch die mal und da könnt ihr euch auf jeden Fall die Phoenix Credits sparen. Was haben wir denn hier für Talente? Wir haben hier Experte drauf, die haben Pistolen, also das Talent haben Pistolen ja immer. Und dann haben wir hier das Talent Räuberisch drauf. Ja, Räuberisch ist auch nicht das Schlechteste. Da habt ihr einfach nochmal einen Life Rack über 5 Sekunden von 13,5%. Ist also jetzt nicht so übel. Aber wie gesagt, diese 500 und A1 Phoenix Credits wäre die Pistole mir nicht wert. Da würde ich sicherlich auf einen Drop warten. Dann haben wir hier nochmal zweimal Blaupausen für Sets. Und zwar einmal für das Firecrust Set Knieschoner und für das Blind Set Knieschoner mit einem Gearscore von 268. Da müsste auch Rang 40 sein im Untergrund. Beide Setteile, also beide Blaupausen könnte man sich kaufen, wenn man dann unbedingt noch ein Teil braucht. Also sprich, die Knieschoner braucht für die beiden Sets. Da könnte man das auf jeden Fall machen. Da würde man nichts falsch machen. Aber man kann auch genauso gut auf einen Drop warten. Denn so selten droppen diese beiden Sets jetzt auch wieder nicht. Dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter runter, was wir hier noch an Waffen haben. Hier haben wir nochmal eine Blaupause für eine SVD, 204er Gearscore. Nochmal eine PP19, 204er Gearscore. Würde ich mir beide nicht kaufen, die Blaupausen. Denn wie gesagt, der Gearscore bei den Waffen geht bis 229. Da würde ich mir zum einen die Phoenix Credits sparen und zum anderen die Materialien. Denn das Crafting in der Division, das wisst ihr ja, ist wirklich die Hölle. Und ansonsten haben wir hier nochmal Sets mit einem Gearscore von 240. Einmal das Firecrust Set und einmal das Blind Set. Beide in beiden Fällen das Holster. Da könnte man, wenn man dann unbedingt diese Teile bräuchte, auch nochmal drüber nachdenken. Mit einem Gearscore von 240. Alles andere hier mit Gearscore 214. Wie gesagt, da würde ich doch zurückhaltend bleiben. Als nächstes werden wir in die Dark Zone gehen und da mal schauen, was die Händler für uns zu bieten haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt hier in der Dark Zone 3 beim Dark Zone Waffenhändler und schauen mal direkt rein, was der uns zu bieten hat. Hier haben wir nichts weiter. Gearscore 182 ist jetzt vollkommen interessant. Wir haben hier zweimal Gearscore 204 Waffen. Die sind auch nicht wirklich so interessant. Und hier haben wir eine Gearscore 229. Ist ein leichtes Maschinengewehr und zwar die RPK 45 Classic. Ja, leichtes Maschinengewehr. Die haben sie zwar gebufft, die leichten Maschinengewehre, aber ich finde die nach wie vor nicht so pralle. Gerade im PvP kann man mit denen jetzt nicht wirklich viel anfangen. Von daher würde ich jetzt hier sagen, dass keine Waffe dabei ist, die ich mir unbedingt zulegen wollte. Bei den Blaupausen, da haben wir auch keine 229er Blaupause. Eine 204er Blaupause würde ich mir auf keinen Fall kaufen. Auch wenn hier eine M1A erste Welle zu haben ist. Denn das Crafting in The Division hatte ich ja schon angesprochen. Und wie gesagt, wisst ihr ja sicherlich auch, ist die Hölle. Und von daher würde ich die Materialien jetzt nicht hier in eine 204er Gearscore Waffe stecken. Von daher hat der gute Mann uns diesmal nichts zu bieten, wo ich sagen würde, da müssen wir zuschlagen. Dann gehen wir weiter in die Dark Zone 4 und schauen mal da bei dem Mod-Händler vorbei. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt hier bei der Ausstattungs-Mod-Händlerin und schauen wir mal direkt rein, was die uns zu bieten hat. Hier haben wir zum einen eine Schusswaffen-Ausstattungs-Mod. Hat hier Schusswaffe 132 bis 162. Und ist Energiestufe 32. Also sprich, im Moment die beste Mod, die ihr bekommen könnt. Wenn ihr also die Dark Zone Credits habt und Rang 50 seid, dann solltet ihr hier auf jeden Fall zuschlagen. Bei der Elektronik-Mod genau das gleiche. Ist auch Energiestufe 32. Ist also das Beste, was ihr momentan an Mods haben könnt. Und auch hier ist der Elektronikwert von 132 bis 162. Also beide Mods kann ich euch absolut empfehlen. Da macht ihr auf keinen Fall was falsch. Und beim Rest, das ist nicht weiter interessant. Und dann würde ich sagen, gehe ich weiter in die Dark Zone 5 zum nächsten Mod-Händler. Und dann werden wir da mal reinschauen. Und schon sind wir hier beim Waffen-Mod-Händler. Schauen wir auch direkt rein. Hier haben wir einmal ein erweitertes Magazin. Ist Energiestufe 32. Und bietet uns Magazingröße. Und ein beliebiger Bonus. Ist also eine ganz hervorragende Magazinerweiterung. Könnte man sich auf jeden Fall zulegen. Die Blaupause würde man auf keinen Fall was falsch machen. Und dann schauen wir mal hier in die kleine Laserzieloptik. Hier ist auch Energiestufe 32 angesagt. Und wir haben zweimal beliebiger Bonus. Und das ist schon auch eine sehr gute Sache. Also auch bei der kleinen Laserzieloptik könnte man auf jeden Fall zuschlagen. Auch da würde man nichts falsch machen. Das heißt, beide Mod-Händler hier in der Dark Zone hätten diesmal was für uns zu bieten. Und da könntet ihr jeweils zuschlagen und eure Dark Zone Credits ausgeben. Ansonsten hoffe ich jetzt, dass euch der Shopping Guide gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen. In die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr Anregungen habt. Immer rein damit in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ganz klar. Und dann bis zum nächsten Mal hier in The Division. Euer Lathan. Ich bin ein Däumchen.